Im Matheunterricht muss man früher oder später mit Formeln rechnen. Flächeninhalt, Umfang, Diagonalen oder gleich noch das Volumen. Sie alle haben, je nach Form und Körper, verschiedene Formeln, die man sich leider merken muss. Da ist es doch hilfreich zu wissen, was diese Formeln eigentlich aussagen. Dann muss man sie sich nicht mehr merken, sondern kann sie sich selbst herleiten. Die Formel, mit der man den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnet, heißt a ist gleich ½ mal g mal h. Ausgesprochen bedeutet das, Flächeninhalt ist gleich die Hälfte der Grundseite mal die Höhe. Welche Seite des Dreiecks die Grundseite ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Höhe dann senkrecht auf dieser Seite steht und nicht auf einer anderen. Am einfachsten versteht man die Formel, wenn man ein rechtwinkliges Dreieck hat. Da sind die beiden Katheten, also die Seiten, die am rechten Winkel anliegen, jeweils Grundseite und Höhe zueinander. Laut Formel multipliziert man sie miteinander und teilt dann durch 2. Ach übrigens, viele Schüler sind verwirrt, weil die Formel auch lauten kann a ist gleich g mal h durch 2. Das spielt gar keine Rolle. Ob man nun 4 mal 3 rechnet und das durch 2 teilt oder ob man 4 durch 2 teilt und das dann mit 3 multipliziert, ist egal. Beide Male erhält man 6. Zurück zur Formel. Wenn man eine Seite mit der anderen multipliziert, erhält man ja zunächst ein Rechteck. g mal h würde also bedeuten, dass wir um das rechtwinklige Dreieck ein Rechteck anlegen, das dieselben Seitenlängen hat wie die Katheten des Dreiecks. Die Hypotenuse teilt dieses Rechteck also in zwei gleich große Dreiecke. Moment, zwei? Na klar! Wenn wir ein Rechteck haben, dass g mal h groß ist und das durch 2 teilen, haben wir noch ein halbes Rechteck und das ist dann so groß wie unser Dreieck. Logisch. Da hat der ein oder andere jetzt sicher schon eine leuchtende Birne über dem Kopf. Aber ganz erklärt ist die Formel für den Flächeninhalt eines Dreiecks noch nicht. Denn wie erklärt man sich das nun, wenn das Dreieck nicht rechtwinklig ist? Nehmen wir uns ein solches Dreieck mal her. Wenn wir hier eine Höhe einzeichnen, muss diese ja senkrecht auf der Grundseite stehen und dann zum gegenüberliegenden Eckpunkt führen. Das heißt aber auch, dass diese Höhe mitten auf der Seite stehen kann. Da kann man also nicht einfach so ein Rechteck drumrum zeichnen. Aber man kann die Höhe ja verschieben. Denn die Voraussetzung einer Höhe ist nicht, dass sie durch den Eckpunkt geht, sondern nur, dass sie so lang ist, dass sie am Eckpunkt ankommt. Wir können sie also einfach mal an ein Ende der Grundseite schieben und daraus wieder ein Rechteck basteln. Jetzt liegt das Dreieck wieder im Rechteck. Aber dieses Mal hat man drei Dreiecke, die alle unterschiedlich groß sind. Hat man nun die Höhe dort, wo sie eigentlich sein sollte, nämlich beim gegenüberliegenden Eckpunkt, ist dieses Rechteck unterteilt. Und in jedem Teil liegen wieder Dreiecke. Und die sind rechtwinklig, da die Höhe eine Seite darstellt. Die Grundseiten sind aber verschieden groß. Schließlich sind sie nur ein Teil der gesamten Grundseite des Ausgangsdreiecks. Rechnet man dann jeweils g mal h, errechnet man die Flächeninhalte der beiden Rechtecke und die teilt man dann durch 2, um die Dreiecke zu erhalten. Zählt man diese zusammen, hat man das große Dreieck. Das ist aber viel zu kompliziert. Stattdessen kann man auch einfach gleich die Werte des großen Dreiecks verwenden und das durch 2 teilen. Immerhin kann man die Dreiecke, die entstehen, wenn man ein Rechteck einzeichnet, aneinanderlegen und erhält damit wieder das Ausgangsdreieck. a ist gleich 1 halb mal g mal h, bedeutet also nichts anderes als die Hälfte des Flächeninhalts eines Rechtecks. Kommt man bloß nicht so schnell drauf, weil bei einem Rechteck ja nicht g und h steht, sondern a und b. Da gibt es dann aber keine so schönen Begriffe wie Grundseiten und Höhe. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Hast du gerade die Schnauze an der Scheibe gehauen? Ich seh nur den Abdruck. Oh Mann. Fliege. Ein Absatz. Wart einfach schnell. Bleib sitzen und danach machen wir buntes Fliegenjagen.